Ho, ho, ho! Heute kommt der Nikolaus. Herzlich willkommen zu Türchen Nr. 6 im Rechtssalat-Adventskalender 2019. Naja, wart ihr auch alle schön brav in diesem Jahr, damit euch der Nikolaus nur leckere Sachen in den Stiefel legt? Schauen wir mal, vielleicht steht ja etwas in diesem Buch. Hm. Leider steht hier nichts in diesem Buch. Aber in diesem Buch steht das, was ich euch heute in den Stiefel lege, nämlich die Definition der Nutzungen gemäß § 100 BGB. Gemäß § 100 BGB sind Nutzungen, die Früchte einer Sache oder eines Rechts, sowie die Vorteile, die der Gebrauch der Sache oder des Rechts gewährt. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe euch, der Nikolaus hat euch tolle Sachen in den Stiefel gelegt oder wird euch noch etwas Tolles in den Stiefel legen. Wie auch immer, ich sage Tschüss, bis morgen! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.